hallo und willkommen zu einer neuen folge von mir chaos hero 44 mit den lieben ja ich heiße ist der ghost g a g hallo in einer ananas los geht's in master bilders verarmen oh nein wollen wir justin bauen ich weiß genau aussieht das war einfach so die tatsache so pizza ich baue eine pizza aus salz was ja wir haben uns vorgenommen ein thema anzusprechen was die letzten tage viel in den nachrichten kam und zwar um das corona virus die in deiner familie corona virus haben in meiner familie nein digga wir kommen aus sachsen wir beide in sachsen gibt es gerade mal 51 und lukas ist einer davon ich kann mich echt nicht konzentrieren gerade ich kann nicht reden und nebenbei warum leute müsst ihr mal kurz warten ich bin gerade richtig man esst deine körner und lassen das mich bauen machen die pizza ist ein bisschen verbrannt wird manche gesichter bleibt ja ich weiß ich fange hier an so ihr müsst verstehen ich lege nicht viel menschlichkeit auf irgendwas ne ich muss sagen wir hier in sachsen wir beide vielleicht noch ein paar andere die vielleicht gerade das video schauen wir sind eigentlich noch am wenigsten das ist so darüber bin ich echt froh dass das weder meine familie trifft noch ähm von the ghost g.a.g. die familie weil das echt ne scheiße krankheit ist wenn man so betiteln kann das heißt drecks virus so okay dann sagen wir es besser und ich wünsche allen die das jetzt haben und die das vielleicht irgendwann mal sehen oder jetzt schon sehen werden echt viel glück äh auch jeden bei allen so dass ihr das auch schafft und ja weil das echt krank ist meine pizza ist aus holen sticker guck dir meine pizza an mann hihihi 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 ne und jetzt nochmal ähm hihihi zurückzukommen was ist denn was machst du dann na hast du ne pizzaschaufel achja stimmt weißt du deine pizza ist so richtig nice meine ist verbrannt wir haben noch 6 minuten leute aber was soll ich den boden eigentlich machen hihihi 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 bin wieder da bin wieder da was ist das wenn da eltern klopfen kommen hihihi 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 diga ich mach jetzt einen auf richtig bitchlike halt ich baue jetzt wie manche leute einfach ne pizza aus hihihi hihihi pizze aus hihihi weil ich mich dafür nicht so richtig intensiv beschäftigt habe weil mich das eigentlich auch nichts angeht so ist es auch aber mir tun die leute leid die es haben oder in der familie betroffen ist ich wünsche echt nur das beste und ja ich tue gerade was das geht doch oder? ja das sieht aus wie so ein finger ja ich finde die würde ich auf jeden fall essen warte ich mach bei dir noch andere Oliven rein ok ich esse die Oliven das sind die Stein Oliven ok Stein Pizza die Ofen Stein Pizza ich mach keine Werbung wir haben jetzt noch wir haben noch 5 jetzt haben wir noch geschissen Lukas was hältst du eigentlich von diesem Corona Virus Ananas nein das ist auch ein bisschen doof werden ja alle Schulen Kitas alles geschlossen deswegen was ja auch teilweise verständlich ist aber Leute die machen eine Ausbildung und denen wird das jetzt abgezogen und sonst da warst du ja dann gibt es Leute wie den Typ und jetzt froh ist dass er nicht zu schuld geht ja ähm ui aber die arbeiten ja schon an Gegenmittel und viele haben ja schon Gegenmittel so in der Art dass es nicht mehr auszubreiten ist im Körper ja schon fertig so aber in Europa ist es noch nicht zugelassen das haben die ja nur in China und in Amerika schon aber in Europa ist es noch nicht zugelassen was machst du was machst du ich brauche ich brauche jetzt hier eine Pizza halt ok ähm und ja Leute ihr könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben ob jemand von euch betroffen ist oder in eurer Familie oder sonst sowas könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben ich und Lukas äh gehen das gerne in der nächsten Folge durch oder? was meinst du? das ist jetzt ein Schwert ich wollte ja eigentlich ein Endort hinsetzen aber die Endort gibt's oh fuck was meinst du Lukas? hey Lukas hast du Bock in der nächsten Runde einfach so ein Virus also den Corona Virus hier nachzubauen egal welches Thema das ist was? den Corona Virus nachzubauen in der nächsten Runde was nachzubauen? den Corona Virus bei lockern am liebsten und habt es verdammt eigentlich eigentlich morgens oder spätestens heute Abend ermitteln und diesen Tag haben wir dann heute, den Sonntag ja es wird jetzt wahrscheinlich jeden zweiten Tag ein Video kommen oder wenn nicht jeden Tag wenn der Lukas Bock hat kann er auch jeden Tag gerne dabei sein willst du dabei sein? was du aufnehmen willst das weiß ich noch nicht kannst du nicht die Aufnahme überhaupt mal hochladen du hast immer noch Aufnahmen von gefühlt fünf Jahre ja wenn nicht kommt diese Aufnahme in fünf Jahren später so wenn der Corona-Virus schon vorbei ist Corona alles auf und dann wird es jedes Mal als Info gespritzt und so und wir reden gerade erstmal dass der Corona-Virus hier ausbricht so ein komischer Ofen aber es ist ein Ofen warte mal geh weg warte warte mal mach dir mal ein Stück höher hier warte mal geh mal weg kurz warte mal warte kurz es ist ja am Ende das Feuer ist immer drunter und darüber ist ein Stein ja deswegen jeder weiß aber was da unten drunter ist hey du musst das sollte man sehen ja da verbrennst du dich ja nein ich darf hier irgendwas dagegen so wir haben jetzt zwei ein einigermaßen okay Pizza dann haben wir eine Krüppelpizza dann haben wir die Holzpizza die verbrannte ja und das sieht gut aus das geht gut vielleicht vielleicht auch mal kommen da hätten wir auch drauf kommen können oder also ich wünsche auf jeden Fall allen eine gute Besserung ich wünsche oh er hat das schönes hier gebaut das gibt doch ein Lauf so jetzt mal nebenbei Leute 3 ich wünsche ich wünsche jedem gute Besserung und kein von euch soll es auf jeden Fall treffen und jetzt gucken wir uns noch die restlichen ähm äh die restlichen Bilder an von den anderen Leuten und dann die Aufnahme eigentlich auch fertig so schnell ja wir sind vor 10 Minuten schon ja das sind maximal 15 ja das gibt's nicht gut Pizza ist zwar dick aber die ist gut das wär ein Thema für Justin gewesen was ist das für eine Pizza? Digga hier ist was ist das Gelbe hier am Rand und warum brennst du? ich brenne gar nicht ja bei mir brennst du die ganze Zeit bei mir nicht also für 10 Minuten ist das schon ohrschwie nicht ja wir sind mehr Digga tut mir leid Digga ich wohnt an der Mund suchen nichts das hört man jedes Mal aus diesem Dings Max zurück zum Thema zu kommen ja ihr merkt's ihr merkt's das gibt's gut von mir hier mehr Aufnahmen sind auch Coronavirus Leute mit Mario warum auch Mario dabei ist das find ich gut ey 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 der Typ der vorhin zu diesen zwei Pizzastücken geschrieben hatte was das für ein Müll der war das gerade der die äh das bekommen echt? ja ich hab grad schon so gesagt ey wetten wenn ich jetzt auf den den beobachte wetten der hat auch nur Müll gebaut sicher ja ja okay das find ich nicht so gut ich find ja alles nicht so gut ich sag ich fand halt das mit den Corona der hat echt nur eine Pizza mit Pizza Cut das ist gut das ist mal wieder was anderes hier ist hat er nur ein Auge? ja okay ich bin ob das ob das Freddy nachspielen soll? warum ist hier jetzt ein Kreuz? ja den hätte ich sogar Freddy einfach weil jeder baut Pil kommt auf die Idee am Button Freddy well done ja wir sind leider nicht dabei so neunmal 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 das Problem ist einfach das Problem halt hier ist einfach die Leute wollen ihr eigenes Ding hochpushen und dafür andere mail geben so die gucken nicht auf die Kunstding sondern einfach nur meh 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 dass ihr ihr eigenes Ding hochpushen könnt wisst ihr? aber gut dann bedanke ich mich fürs zusehen haut da rinnen Lukas willst du noch was sagen? mhm komponiert ihn like ich bin einer anderen und der liebe Lukas wird auch in ui geht schon weiter ähm der liebe Lukas wird auch in Beschreibung verlinkt tschüss auf im Abspann tschüss und dann bis dann haut da rinnen und bis zum nächsten tschau 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 tschau